Ja, Herr Professor Kopitz, herzlichen Dank für Ihre Grußworte und ich glaube damit bleibt uns nur noch ganz offiziell das Gebäude zu eröffnen, mit Handschlag und wünschen dem Gebäude alles, alles Gute. Es ist mir eine große Freude das Bosch Headquarter heute hier in Wien zu eröffnen. Wir haben hier ein fantastisches Gebäude, ein sogenanntes Blue Building, das ist die Erweiterung eines Green Buildings. Hier stehen vor allem unsere Mitarbeiter im Vordergrund und hier haben wir einiges investiert, ob das Begegnungszonen sind, ob das Kommunikationszonen sind, ob das ein hervorragendes Betriebsrestaurant oder die Cafeteria ist. Wir haben hier die Voraussetzungen geschaffen für effizientes und vor allem kreatives Arbeiten. Also mir gefällt es in der Zwischenzeit schon sehr sehr gut, habe mich auch entschlossen auf Sie zuzugehen. Ich möchte mir das in aller Ruhe einmal auch ansehen und da werden wir sicherlich einen Termin finden. Aber es ist großartig. Es widerspiegelt das, was eigentlich für mich Bosch ist, nämlich mich begleitet Bosch so wie jeden anderen Wiener auch das ganze Leben eigentlich. Nämlich wer hat kein Küchengerät daheim von Bosch oder kein Gartengerät oder was auch immer und das muss man wirklich anschauen, was hier passiert. Das ist großartig. Wir haben hier in Österreich 2.600 Mitarbeiter beschäftigt mit 850 Millionen Euro Umsatz und Bosch Wien spielt eine besondere Rolle im Konzern. Denn wenn wir den Vergleich anstellen, wir haben hier in Österreich etwa 0,1 Prozent der Weltbevölkerung. Wir stellen ein Prozent der Bosch-Mitarbeiter, aber wir stellen zwei Prozent des Bosch-Umsatzes. Von der Seite ist die Bedeutung von Bosch in Österreich überproportional innerhalb der Bosch-Gruppe und da freuen wir uns besonders. Natürlich ist es ein hervorragendes Zeichen dessen, was wir wollen. Wien will Wissensstadt werden und die Ansiedelung des Headquarters für Entwicklung, Innovation, Technik, Forschung von Bosch in Wien hat natürlich eine ganz große Bedeutung für uns. Nicht nur wegen der Schaffung von wichtigen, innovativen Arbeitsplätzen, sondern es werden von hier aus ja 13 Länder auch in Mitteleuropa gesteuert und das ist natürlich auch etwas, wo Wien stolz sein kann darauf. Aber wir versuchen die Rahmenbedingungen zu erfüllen, damit das möglich ist und Bosch seit 115 Jahren übrigens in Wien hat das genützt und darauf sind wir stolz. Wir geben hier ein eindeutiges, klares Bekenntnis zum Standort Österreich, zum Standort Wien ab. Wir haben hier wichtige Entwicklungskompetenzzentren und die sind wirklich die Basis für zukünftiges Wachstum.